Herzlich Willkommen! Ich habe kein Interesse an euch! So, wir haben ja letztes Mal eine neue Waffe gekauft, die ich jetzt schon sehr mag. Wir müssen bald benutzen. Oh, ich bin hier drin. Ich hasse mich in Gewinde. Ähm, ja. Hier sind einige schreckliche Momente. Wir gehen ganz, ganz lang. Ich renne jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt verschlafen. Ja, okay. Ich renne mich nicht. Nichts. Nichts. Mit einem Brandpfanner. Nichts. 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 Ähm. Morgen! Nichts. 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 Was hat der denn hier drin gemacht? Ähm, ja. Ich glaube ihm war kalt und er wurde sich warm halten. Gerade wurde ihm schein zu warm. Aber ich hätte jetzt gerne ein schönes Steak. Wäre nicht. Ja, ich bin direkt gegen Orion. Äh, kann man hier spielen. Öffnen. Nichts. Äh, 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 äh. Äh, äh. Habe ich echt keine Lust zu dir zu helfen. Äh, äh, muss das sein. Oh, Junge. Ist ja gut, Ashley. Muss ich jetzt nicht berühlen? Ich will die Männer hart an dir ran. Ach, wir wollen eine Pornofilierende ausmachen. Naja. Wohl kein Porno für dich was, Ashley. Ja, okay. Wir müssen hier sein. Oh, ich will jetzt grunzen. Oh, es kommt ein bisschen weiter. Oh, es kommt ein bisschen weiter. Echt? Oh, ne? Ein bisschen spät, ne? Wirklich! Ne, macht auch eine nicht. Ähm, noch eine Frage. Was ist das? 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 Ein gelbes Kraut? Was ist das? Ich versuche ein bisschen Heilung zu sammeln. Wir sind mich nicht mehr so. Ja. Ich sage, weißt du, man kann nicht mehr. Ich weiß nicht. Es soll irgendwo was sein. Ah, das habe ich verliebt. Ja, ich gehe mal wieder hoch, ne? Woher ist da unten irgendeine Tür an der? Hm. Wirklich? Weiß ich nicht mehr so. Ich gehe weiter. Ähm. Okay. Ich gehe weiter. Okay, gut. Wirklich? Ja. Aber ich komme hier, ich komme an... ...eine... Ja. Ja, ich komme hier. Und hier. Ich komme jetzt. Ähm, hier ist nichts. Ah, dann haben wir ihn da. Hm. Ähm... Doch! Oh ja. Kugelsichere Feste! Ich weiß nicht, ob ich es gerne benutzen kann. Ja. Oh my God. Oh my God. Ich muss es verkaufen. Nein, 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 nein. Dann können wir auch nichts tunen. Dann gehts, ähm. Also, wie viel Munition habe ich denn? Also... 305 Strollmoni. 21 von diesen Markkorn. Hm. 24 von Scharfschützgewehr. Um 26... Ach ne, das ist noch ein 6. Hm, okay. Ähm. Nein, nein, nein. So sieht Nyon noch schon viel besser aus. Und Nyon hält auch viel mehr aus mit der Schutzweste. Oh, cool. Ja. Die Stelle habe ich ganz vergessen. Ja. 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 Dreck bei der explodiert. Noch bei der Kono. Das ist natürlich toll, ne? Ich bin soweit. Ich bin soweit. Das ist wichtig. Ich habe reinges, dass ich es nicht sehe. Wir müssen mich nicht mehr beschreiben. Ich bin soweit. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Hmm... Ich hab meine... Ich hab die Amikas... Oh, da geht's. Oh, gefällt mir. Nichts. Nichts. Noch kommen wir ins Labor rein. Und das mit kein Zug erschlecken. Könnt ihr mir glauben. Speichern wir. Hm. Hat er manchmal getaucht. Hm. Ich mach mal auf. Okay.